Musik Andy ist natürlich schon unser Sherlock hier Wir nennen Andy jetzt nur noch The Brain The Brain The Brain The Brain, wir holen die Geld hier Musik Herzlich Willkommen liebe Leute zu einer neuen Runde TTT Mein Name ist Gregor Und mit dabei heute Gregor Entsorg Andy, The Brain Zartex und Seidel Hallo Der Detektiv Import, Export, Transport International Und Motorsport Transport, Bitch Und Motorsport Der Motorsport ist nicht mehr Ist leider freitigegangen Nein Nicht mehr Motorsport bereitet sich schon sehr krass auf die nächste Saison vor Hallöchen Andy Durch Theorie Jetzt kommt die Ergeschiene Ich mach mal kurz das in der Position Okay, nicht für Andy Ja mein Early Game war ziemlich gut Hallo Jetzt passt's Hallo Crashy Hast du irgendwie Angst vor mir? Hallo Ja Wer ist das da hinten? Ach an Uh Ach an Uh Ja Er ist mir eingefallen vor welchem Ange ich denn stehe Mann Das ist ne Legende ist das Ja Jetzt macht doch noch das Licht an Gehuldigt euch Ja Ja Schönen guten Tag Guten Tag Herr Sorg Ich knie vor dir nieder Zartex, wo bist du hingelaufen? Ich bin hier unten Gehuldigt sei das Brain Gehuldigt sei das Brain Gehuldigt sei das Brain Ich glaub das reicht als Prozedur Ja das geht klar Wo seid ihr dann? Bravo Ich bin hier oben Ich bin hier oben Och End ist schon wieder auf seiner Scheiß Zartex hat ne Das ist Boah ich hasse diese Map Jetzt wirst du mir grad wieder ein Warum? Hehehe Final City Oh Okay Und das war End Oder liebst du noch? Ich lebe noch Oh ey das ist hinten in der Ecke gegangen Du hast gesehen dass ich es nicht gewesen sein konnte ne? Ja Ich hab eigentlich gar nix mehr gesehen aber Ja du hast ja gesehen dass ich mich nicht zu dir gewandelt hab Ey Das schließt Nur Scheiße hier Alter wollte mich einer mal eiskalt machen Mensch War das so niedergleiches? Die Gedanken kann ich verstehen Ja Was ist Andi? Entsort Ja was ist Seidel Was hast du da grad gemacht? Ich hab grad den Baum angeguckt Den Baum Zartex Warum sind da nicht draus? Warum sind da drei Leute auf einmal? Ich kenne das ein schöner Baum Ich hab irgendwie voll das Gefühl dass du Fahndi bist Ein schöner Baum Ich hab's am Urin Mach ihn weg Mach ihn weg Entsort Das ist Ja dann kommt doch random kill Es hat grad Andi hat versucht mich grad zu töten Was? Das ist ne Lüge Was? Ich kann Ani dazu töten Äh Ich glaub Andi ist Trater Weil ich bin innocent und Andi wills auf mich locken Wieso ich? Weil du da hinten die ganze Zeit Und warum willst du's auf andere Leute locken? Ja genau Also ich soll mich da zugesellen und mit Stress machen bei dir? Okay Nee bei mir nicht Ja doch da waren ja alle oder sich gerade falsch Wenn ich nicht alleine sein darf dann muss ich doch zur Masse kommen Ja dann geht's zur Masse Die Masse war bei dir Oder ist das falsch Muss ja mal zur Treppe laufen damit man Äh Meinen Namen sieht ne Nee ich will einfach nicht dass sie hier hoch kommt Achso Ich bin schon seit Ewigkeiten hinter dir Dreh dich mal um Ich bin schon seit Ewigkeiten hinter dir Was? 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 Die ist gestorben Das Ding kam nochmal Andi Andi Oh fuck Lol wie geil Ne war schuld Andi Wir haben Ballerts hier unten Hier Crusher hat jemand rum weggemacht Uuuuuh Der Ballerts Ich erschieß auf Crash aber Achso Scheiße Ich hab den Falschen weggemacht Den Falschen weggemacht Ja ich hab Sion weggemacht Neiiiin Nachladen Ich treff nicht Jawoll Boah ey du bist schon scheiße wa Ja wa Ich hab zu spät den Namen gesehen so Ich hab schon vorher abgedrückt Ich hab noch in meiner Not Hab ich noch den Molotow hier hochgeschmissen Aua Hab ich gesehen Habt ihr beide den Strahl dahingemacht oder was? Ja Ja Meiner war der zweite Andi alter Direkt Strafe bekommen wenn du dich da hinten einquartierst du Pisser Du hast es aber auch nicht geracht Als das End nicht gestorben ist Ja Ich hab den ersten gesetzt Schade Dass er so in die Ecke ging Der zweite ging ja genau auch die gleiche Ecke Genau gleich Ja Nur dass alle der Schiller da war Genau gleich Du hast die gleiche genau alter Hahahaha Hahahaha Fuck Ich bräuchte mal ne Sniper Schnibber LOL Ihr wirft einen eine Grande Arze mit mich zum Arsch End is crude Hahahaha Ich bin crude Ach weil ich den weggemacht hab Ja Boah Nein Ach man Nein Nein Das ist so scheiße in dem Spiel Sorg wolltest du grad die Ocarina anmachen Hä So denn Hä Weil ich hier lang gucke Zu dir Weil du mich anholst Ja und dann schnell wieder weggegangen bist So Ja wow Ich hab nur noch sechste nehmen weil ich die Leiter da runter gefallen bin Weil Endplatz Dann hätt ich dich auch direkt killen können Ja na klar Ja also nur falls sich gleich wieder jemand fragt Warum bist du denn verwunden hätt Wieso bist du verwunden Weil ich die Leiter runter gefallen bin Also da gibt's hier keine Schnibber Weil ich ihm das schnippe dann aber näher nehme ich sie wieder Absicht Da schießt jemand Ha Oh Jungen Was ist das ne krass Was für ein Bei einem Shooter schießt jemand Der Wahnsinn Ja Der Wahnsinn Oh guck mal der Sniper Nein Dachte Anni was hast du mal verfolgt sind Nein das ist nur ne Autosniper Ich stehe die ganze Zeit am Haus du bist nur 3 mal ums Haus gerannt Ja Ich stehe nur 3 mal ums Haus Ich stehe nur 3 mal ums Haus Ohne Flachse Der muss nicht Sniper Hier ist jemand gestorben Wo Was wo gestorben Ich weiß es nicht Irgendwo hinten am Haus oder so Hier liegt Blut Also Trasher kann zwar sagen dass ich das nicht weil ich hab hier die Dinger kaputt gemacht Hier liegt Blut Ah hier ist bestimmt jemand Hier ist auch Feuer Hier am Haus ist niemand Ne ich bleib am besten nicht hier oben Sorg ist hinter mir Hinten längst in der Ecke ist Feuer Ist jetzt einer gestorben oder Ja hier ist einer runter gefallen Ja dann identifiziert ihn doch mal Ja wir suchen doch Wir haben es nur gehört Ich kann doch nicht sagen dass ich keine Schnimmer finde Glaub hier oben irgendwo Durchaus kann das sein Wer ist denn überhaupt gestorben Wer ist denn überhaupt gestorben Andi? Wurde das Map Design geändert? Wer redet Wahrscheinlich Wer redet denn nicht mehr Warum wurde das Map Design geändert? Wo war das hier? Weil da sind rote Boxen Oder waren die auch vorher? Weiß ich nicht Glaub Andis Trayten Glaub die waren vorher echt nicht Die hab ich auch schon gesehen Was denn für rote Boxen? Hinten links sind rote Boxen Wo ist denn hinten links? Am Ausgangspunkt der Map hinten links Ich bin bei End Gregor 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 End Ich glaub das ist echt neu Ja ich bin hier bei dir Oh Da ist Sartex Und oben ist Erzorki Achso hi Ja ich guck gerade ob man die Leiche von ihr erkennen kann Wo ist denn die ungefähr gefallen müssen? Es sind keine Kisten Leute Ja ich weiß Hinten links sind rote Boxen Wo ist denn hinten links? Mit so nem komischen Deckel Ausgehend vom Startpunkt der Map hinten links Ja da bin ich Ja dann gut dann dreh dich um Dreh dich nochmal um Oh ich hab was gefunden Ich hab was gefunden Gerade Komm jetzt mal mit Wo lag der? Hier Wo? Da Ach hier Das ist doch neu oder? Keine Ahnung Ist mir noch nie aufgefallen Mir auch nicht Deshalb hab ich gefallen Er läuft ja mit der Leiche rum Ja ich bring ihn dir mit End ist hinter mir? Ne nicht mehr Doch immer noch Ich bin vor dir Wenn du hinter mir herläufst Jetzt bist du hinter mir Alter hat das nicht geschafft Ja total Nur weil du dich Jetzt hau ab von mir End ist crudy Ich glaub dass Gregor es ist Der läuft mir die ganze Zeit hinterher Ja dann mach mich doch Verpiss dich doch einfach Gregor Warum? Wenn ich dich nicht bei mir haben will Kann doch hinlaufen wo ich will Sonst hätte ich jetzt schon längst geschossen Ja dann Noch auffälliger dann Ja wenn wir es nicht sind dann Sind ja nur noch Andi und Xartex und Zock da Ja Wieso ich? Das hast du sehr gut erkannt Wenn wir 6 Leute sind und einer tot ist Oder ihr beide seid es Uuuuuh Mensch Peeling Sehr gut Hier Minuspunkte gratis Ne Ich will Minuspunkte Ja komm Ich hab da schon Minus 6 also komm Scheiß drauf Das sind nur Vermutungen Ich will nicht Schade Nur noch 40 Sekunden Die Traitoren müssen mal langsam zu gehen Einer ist schon gestorben Ja einer ist tot Ne halbe Minute mehr Das klappt nicht so viel Achso ja Ja die Zeitliste ist doch schon tot Ja ich dachte noch einer jetzt Doc Ja ich lauf die ganze Zeit Also noch circa ne Minute jetzt Ja Ja ungefähr Ausharren Irgendwie wenn irgendjemand stirbt Dann ist doch immer irgendwie 40 Sekunden drauf Ne halbe Minute hab ich eingestellt Also ne Alles ok Joa Ich glaub da oben stellt sich so schnell keiner mehr hin Ich seh nur noch Läuft irgendwer rum Richtung Plateau End? Ja ich leb noch Wo bist denn du? Das verrate ich ganz bestimmt nicht Ich weiß wie du bist Es geht schon wieder auf Kader rum der Zartex Und der hat grad Zartex ist es Ja End ist es nicht Wo ist Wo ist Zartex? End ist proven Wo ist Zartex? Ja auf mich kam wieder der Strahl Zartex muss es glaube sein Ja und Andi dann noch Also ich glaub ich bin es sehr stark Ich hab Zartex gemeint Ist er? Ich hab mit drauf gestorben Hier schießt jemand Andi Andi Jawohl Aber soviel Zeit für nix ey Und dann hat er mich nicht mal dann weggeholt So wer hat die Punkte gekriegt? Mann Ich 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 Von dem Haus hier oben? Nein von dem ganz kleinen Haus hier da wo ich wo meine Leiche war Ich weiß nicht wo deine Leiche war Ich bin zweimal runtergeflogen Da war ich schon weg Da war ich schon weg Da war ich schon weg Achso du bist von alleine gestorben Ja Das kann auch nur dir passieren Das ist natürlich super Das kann auch nur dir passieren Das kann auch nur dir passieren Boah G301 Boah kein Vielleicht fällt End irgendwo da hinten die Leiter runter oder so Oh ne Ja das kann nicht mal gut und gerne passieren Ja genau das war ja auch mein Problem Ja genau das war ja auch mein Problem Komm Innocent Hier ballert schon einer Ja das war Ey ich brauche ne Schnibber Das war Andi Nicht nur du Andi Du bist Andi Du bist Andi Leute wie kommst du denn hier angesprochen So ne alte Serie Da ist Xatex ist mit dir Das nicht Was ist Ich glaub hier feinlich alt Was ist mit typisch Andi Ist die schon so alt? Oh das ist Zahlen bitte Alter hier hat einer auf mich geschossen Die ist schon alt Ja aber ich kenn die auch Kann sie so alt nennen Die ist schon wirklich Die ist schon wirklich alt Ja das stimmt allerdings Die gibt's schon lange nicht mehr Leider Also ich weiß dass die 2000 Ja Also ich hab sie zumindest noch geguckt Wann denn? Ja Als ich neun, zehn Jahre alt war Also vor Neun, zehn Was gibt's denn überhaupt? Neun, zehn Jahre Es ist Bindestrich dazwischen Bindestrich Neun, zehn Jahre alt Enzo Rock ist bei mir Hat neben mich geschossen Ja ich bin vergiftet Ich bin vergiftet Ich bin vergiftet Alles ist grün Was? Oh das Dämoni Haha Der Bildschirm ist grün Xatex war das glaube ich Ich war das nicht Junge Tein Bildschirm Xatex Andi War der das? Er war es nicht Fuck ich sterbe hier jetzt Dann machst du es an Ja ich mach das jetzt nicht mehr Nimmst du denn Schaden oder nicht? Ja ich nehm Schaden Ich nehm noch einen mit den Tod Ent oder Crasher eins Nein Du nehmst keinen in den Tod Nein Du nehmst keinen in den Tod Andi ey Bist du des Wahnsinns Ja wenn ich sterbe Ich nehm noch jemand mit in den Tod Mensch Ist ja richtig Und ne Flachse Alter ihr seid so ein paar Köppe Ey ich bin gleich tot Andi ist gleich tot Andi ist gleich tot Ich bin gleich tot Dann tönt doch nicht noch mehr Innocent ey Ja aber nein das ist Die Wahrscheinlichkeit ist hoch dass das jetzt ein Traitor ist Ja doch wo mein Gott Hieß der noch auf mich Ja Ist der bescheuert der Junge Hm Ist der jetzt gestorben Ja ist er Ja Endlich ey Hoff ich mich auch meine Zeit Ich bin's dich Ich bin Innocent, ich bin Innocent, also drei Innocente geht's nicht. Ich hab ja grad mit auf Dings geschossen, ich hab eigentlich Andi geholfen, Sartex zu töten, aber Sartex war's ja dann nicht mal im Endeffekt. Der war Innocent, das war Part von Andis Hass, den er gerade hatte. Dork und Crash, die AKG Gregor hier. Ich glaub das ist Sartex. Ey am Arsch. Ich glaub Sile und End. Es hat grad jemand geschossen. End hat auf mich geschossen. Und auf mich auch, ich stand da auch mit. End. Du kleiner Pisser, ich hab's aufgehört. Was? Ich hab Andi mega geil gehittet, einfach nur. Ja, na klar. Seit wann gibt's schon die Poison ABP? Gibt gar nicht mehr die normale? Doch, die gibt's auch noch. Ich hab den zugefügt. Nee, es gibt nur die Silent und die Bissen. Nein, es gibt nur noch die Armade. Oh Gott. Hab ich dir einen Hit gesehen? Hä? Wo ist denn End? Dork ist da ein. End ist da in der Decke. So. Das war eins. Das ist er wahrscheinlich dann. Oh. Ohne Spaß, Alter. Ohne Spaß, Alter. Hilfst du denn nicht? Ich hab mich nicht gesehen, ohne Spaß. Ich hab mich die ganze Zeit umgeguckt. Ich bin die ganze Zeit hinter dir hergelaufen. Ich hab euch einfach nicht gesehen. Ey, aber durch was wird man denn jetzt überhaupt vergiftet? Ich hab nur die Silence und die Poison ABP. Ja, Andi musst du ja nochmal auf mich schießen. Ja, und wer hat mich vergiftet? Ja, ich. Achso. Achso. Wie nehm ich denn jetzt noch mit, ey? Wie nehm ich denn jetzt noch mit, ey? Wie nehm ich denn jetzt noch mit? Was soll ich sagen? Also echt mal. Wie nehm ich denn jetzt noch mit? Ja, sonst wär mein Tod zu sinnlos gewesen. Ja, Amiel. Ja. Du hast doch schon einen mitgenommen. Du hast doch schon einen mitgenommen vorher. Wow! Dann nehm ich gleich lieber alle mit. Ja. Damit nur noch einer gegen zwei Traitor kennt. Ja, er hat ja sogar aber nicht geschossen. Ich hab ja fast auf End... Ja. Und auf End... Ja. Einer hat die Ocarina angenommen. End, warst du das? Ich kann's nicht gewesen sein. Ich bin weggelaufen. End schießt auf Fässer. Ich bin... Zartex. Ich vermute mal nicht. Ja, aber ich war das nicht. Ja, ja. Hier war doch gerade ein Schottern, Alter. Ja? Zartex. Also End war's nicht. Zartex ist da hergekommen. Ich seh die Schottern. Soll ich die nehmen? Zartex ist hier uns, Alter. Oh. Danke. Ey, das ist ne Auto-Sniper. Kannst du auch haben. Das ist kein Auto-Sniper. Oh. Ist schon jemand tot? Da wurde gerade irgendwo geschossen, aber ich weiß nicht... Ich schieb dir Fässer kaputt. Ich schieb dir Fässer kaputt. Denn alles ruhig. Endsorg. Endsorg. Also End war es nicht, der das aktiviert hat. Das ist vollkommen... Der war links neben mir. Ja, ich war's auch nicht, aber das kann keiner bestätigen. Ich war unten. Nee, bei mir kann's auch keiner bestätigen, aber Xartex... Xartex ist in mir. Wir könnten es Xartex, Endsorg und Zartex sein. Und Quasher. Und Quasher. Warum könnte es nicht Anti gewesen sein? Es können alle außer mir gewesen sein. Ja. Weiß nicht, Andi kannst du auch... Oh Mann, diese scheiß Leitern hier. Ich sollte meine Suche weiter fortführen auf eine Schnibber. Peine. Ich steh... Kannst du mir die? Nein, gib ihm... Ja, dankeschön. Endlich einer, der das Prinzip verstanden hat. Das Prinzip an ihm hat noch so viel zu lernen. Also entweder Xartex hat mich echt gesehen. Ja, Xartex ist oben auf dem Plateau. Ja, Andi ballert. Auf Fässer. Ey, Xartex, hast du mich echt nicht gesehen? Was? Dreh dich mal um. Ich um? Ja, ich bin reingelaufen. Ja, du bist gerade hinter mir gelaufen, deswegen hab ich abgestorben. Ja, ich bin... Ich bin einfach die Leiter hoch. Weg hier. Ich hab's gefunden! Ey, ich bin... Ich hätte dich so krass abschießen können. Ich geh aber trotzdem... Ne, ich bin nicht gestorben. Ey, nicht die Unterfalle, ne? Dann hast du dich. Andi? Ja, Gott sei Dank. Nein! WTF, was geht bei dir ab? Ja, die Leiter hier ist echt nicht so geil. Ja, sie turnt dich nicht an, ne? Sie turnt dich nicht an. Ich steh nicht so auf Leitern. Wow! Aber Zäune, ey, du. Gregor ist bei dir. Zäune! Zäune und... Ja, und Regal. Flughafen und Flughafen. Boah, okay. Das ist richtig geiler Scheiß. Das ist der krankeste Sheet denn da eigentlich. Weg doch! Ey, wieso kommst du immer auf mich? Weil ich weggehe. Zorg, schon wieder. Wir sind einmal im Kreis gelaufen beide. Guck mal, das ist N. Der ist mal zu N laufen. Hallo, N. Hallo, N. Ja, du bist zu mir gegangen, ja? N, ich glaub, du solltest mal deine Prinzipien überdenken. Alle wollen zu dir. Ja, ey, Quesha, ne? Ja, hi. Ich glaub, er war's. Er kehrt noch mal zum Tatort zurück. Ja. Ja? Quesha? Und sagst, ja, Crasher kehrt zum Tatort zurück. Ja, ich bin sehr lektiv. Ich muss halt da arbeiten, wo ich... Jawohl. Ich bin halt immer und überall. Und nirgends. Und? Ja, fello, überall und nirgends. Ich hab schon ne Schnibber. Oh Gott. Ach, herrje. Und damit ist die Runde auch versaut. Machst du nicht, Crasher? Ey, Crasher, lass ganz schnell nach da oben gehen. Bevor er das kann. Ey, ich will ja gar nicht hoch. Ich will da auch nicht mehr hoch. Ich komm da wieder runter. Ich komm da wieder runter. Dort stand wir in den Bäumen. Ja, ich warte. Äh, Ant und Sartex laufen zusammen. Ja, nein, 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 nein. An die? An die? Ant und Sartex sind grad zusammengelaufen. Pass auf hinter dir. Ich bin hinter Entsorg. Entsorg, Marc Bollmer. Ich sag, pass auf, er läuft rein. Absolut, ich bin zu der Leiter. Ich sag, pass auf, er läuft rein. Hey, Trader, lass euch doch mal was einfallen hier. Bei mir ist die neue Schmoke-Geine, das Feuer. Na. Nehmen wir alle, ne? Ja, das ist wahrscheinlich so wie letztes Mal, wenn da einfach... direkt beide Trader abgeknallt werden. War auch richtig lange, die Runde. Nix. Kann die? Ich hab'ne Smoke geworfen und du hast irgendwo bei der Ocarina gelandet. Runter hier! Hallo? Nein! 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 Ich hab Angst. Ich hab Angst. Alter, der ist schon wieder hier hoch. Klang original wie Ent. Zorg, verfolgt mich. Ey, warum steht ihr denn wieder da oben? Das ist ein Problem. Ja, steht die Omaner nicht mehr runterkommen. Boah, Mann ey! Ich wusste, dass ich zuerst da oben warst. Ah, Gott. Zorg. Ich hab das Gefühl, dass ich Sartex wegmachen sollte. Wenn ihr da oben bleibt, seid ihr am Arsch. Wieso? In 40 Sekunden ist doch eh vorbei. Oder ist schon irgendjemand gestorben? Nö. Ist keiner gestorben. Soll ich verstecken? Das sind anscheinend jetzt Nubi-Getraider, würde ich sagen. Sartex. Ja, gar nicht. Sartex ist... Garton da drauf. Gar nicht! Gar nicht! Gar nicht! Nö. Ach, warte. Mit deinem wenig live. Ja, tschüss. Oh, Gott! Was hat die denn da mal gesagt? Ich hab grad jemand getötet. Alter, Andi. Andi. Naja, er muss ja uns kriegen. Andi ist bei mir. Ich hätte auf dich schießen können, hab's aber nicht gemacht. Andi ist bei mir. Andi, ich geh weg. Ich hab's nicht gemacht. Ich geh weg. Ich steh hier unten. Andi ist es nicht. Ich bin's auch nicht. Ich bewege mich jetzt gar nicht. Seidel hatte auch hingeguckt. Seidel oder so. Wenn doch wir da sind. Wow, fuck. Ja, Seidel war's. Hä, ich war's gar nicht. Hä? Nein. Aber gut. Und nicht Vegas. Ja, und wer? Entsorg. Entsorg. Damit danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.